Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Greedfall. Ja, ich bin auf dem Weg diese Schuldeintreiber zu finden, die Vaskos Bruder irgendwie verschleppt haben, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe mich gerade richtig blöd verfrankt. Ich dachte erst, ich wäre richtig, war ich aber nicht. Hier ist doch... Oh! Wo? Fragen, ob du später bezahlen kannst. Einschüchtern, komm! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich sage mich. Mein Name ist De Sade. Ich bin der Legate von der Congregation. Und ich bin hier, um den Leben zu retten. Wenn du ihn nicht sofort verabschiedst, ich habe keine Chance, aber zu informieren. Und du wirst in der Jäule in kein Zeitpunkt. Dammit. Sie sehen uns ernsthaft. Ja, ein bisschen zu viel. Listen, wir wollen nicht in Probleme mit dem Gauvernor. Ich bin dem Film. Ja. Wenn unser Klienten gelungen wollen, dann musst du einen gewisseren Request. Komm! 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 Und, als ich mit ein paar anderen Betten ausgesucht habe, musste ich die Merchandise als repaymentieren. Aber das ist nur ein Trifel, das mein Vater hätte dafür bezahlen können, ohne zu denken. Ich hätte nie gedacht, dass jemand diesen typischen Brüten hinter mir würde. Was ein Lack von Takt. In dem Fall, ich bin sehr dankbar für Sie. Wer bin ich von Ihnen? Mein Name ist Captain Vasco. Nought and Seagiven. Es war ein Glück, Sir. Was? Mehr nicht? Vasco! Was? 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 Das ist doch schön. Oh, was er von seinem Bruder dachte. Ihm sagen, dass Brüder sich nicht immer gleichen, ihm sagen, dass diese Begegnung es ihm erlaubt hat, sich zu beweisen, ihm sagen, dass die Realität oft enttäuscht. Hm. Das ist so poetisch, ne? Ihm sagen, dass die Realität oft enttäuscht, aber ihm sagen, dass Brüder sich nicht immer gleichen. Das stimmt auch. Brüder gleichen sich absolut nicht, genauso wie Schwestern. Aber ich nehme das. Ich habe das Gefühl, der hasst mich einfach nur, der Typ. Was bedeuten die Nords Tattoos? Das erste Tattoo, das wir bekommen, indiziert, ob wir seagern oder seagern. Die resten erzählen unsere Geschichte. Sie erzählen alles, was wir durchgegangen sind. Unsere Rang, aber auch die Stürme, die wir durchgegangen sind. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Hat er uns gerade gemustert? Der hat uns gerade, als er gesagt hat, so das kannst du aber auch auf andere Weise, hat er uns so von oben nach unten angeguckt. So, ja. Knickknack. So, jetzt gehen wir zum Gouverneur. Der Brückenallianz. Dann hat mich das hier nämlich auch erledigt. Ja, komm. Dann tausche ich euch beide halt aus. Mein Gott. Wenn es unbedingt sein muss. Das war ja schon so ein Gespräch, dass man... ... 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 Ja, ich bin ja eigentlich davon irgendwie so ein bisschen enttäuscht, dass Yorah das alles so mitmacht, wenn wir zum Beispiel hier, ich meine, klar, es ist wie bei den Indianern. Es sind zwar alles Indianer, aber jeder hat ja sein eigenes Volk und jeder ist ja dafür irgendwie so, ne? Ist ja alles schön und gut. Und dass das ja nicht Sioras Leute sind und so, das kann ich ja alles so verstehen. Ach, guck mal hier, ich dachte jetzt, die greifen uns an. Kann ich alles verstehen, kann ich alles nachvollziehen, aber... Also ich hätte damit gerechnet, dass Yorah manchmal so ein bisschen so, trotz alledem, auch wenn das jetzt nicht ihr Volk ist, aber trotz alledem ihr Volk, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dass sie manchmal so sagt, so müssen wir das jetzt machen, können wir nicht einfach irgendwie das geschehen lassen und so. Die verdienen es nicht besser, so wie die mit unserer Insel umgehen oder sowas halt. Wie ist das denn? Ah! Scheiße, ich habe ja überhaupt nicht gesehen. Let's see if you can ward off this faint. I need help. Take a potion if you want to cast more spells. Close, do is, sa rich, nes diri. Let's see if you can ward off this faint. Huah! Ich will deine Zeit nicht helfen! ich fand das als knapp weiter hier runter ah, wir sehen auch schon na ja, ich muss ganz ehrlich sagen da, wartet doch irgendwas oh mein gott, was ist das ich krieg ja richtig Angst wow, wow, wow oh jetzt wirkt das nicht mehr mein gott, was ist das denn für ein vieh hier wow, wow, wo will sie denn hin wow, das vieh sieht einfach nur widerlich aus ich gebe alles mein gott, war das vieh hässlich toll ich hätte mit mehr gerechnet okay, jetzt müssen wir da hinten aber wieder hin wo wir gerade waren wieder durch den orangenen Wald ich finde, wow, das sieht immer so geil aus Herbst ist absolut, also ich liebe den Winter vor allen Dingen so Schnee, wenn es schneit alles so drum und dran ich liebe auch total gerne Regen ich weiß nicht so ich würde mich am liebsten, wenn es richtig am Regnen ist mich am liebsten mich nach draußen stellen und so den Regen auf mich herablaufen lassen dafür hasse ich den Sommer ich hasse die Hitze ich hasse es zu schwitzen ich hasse Sand ich gehe nicht gerne ins Meer also für mich ist das alles so aber so, ah ja, und Herbst Herbst halt wegen schön aussehen es regnet da viel die Blätter färben sich so richtig geil und so weiter und so fort da ist es echt mega ja guck mal, hier kann man ein Lager auch machen wie weit muss ich denn jetzt hier noch gehen? ich finde die Rebellen ok, da ist auf jeden Fall noch könnte mal einer von euch jetzt hier mit angreifen hier? und her nein wusste mum die arme wird mit dir nichts zu schützen Es ist gerade dunkel geworden. Ich glaube, ich muss mir mal eine bessere Rüstung demnächst anziehen. Ich glaube, so langsam geht sie in die Brüche. Ja. Haben wir eigentlich jetzt was für einen? Ach, Kopf. Guck mal. Kopf lassen wir so. Ich krieg einfach keinen Umhang. Die bleiben. Die auch. Gewehr. Nein, das bleibt auch. 185. Auf die Beweglichkeit müsste ich dann hin noch was machen. Alles klar. Was kann man denn hier denn? 128, 208. Guck mal, du kriegst auf jeden Fall was hier. 297. Okay. Dann kriegst du meinen Anzug. So, Siora. Ich möchte dir eigentlich 208. Die hat schon 208. Ach, das Schwert. Ich möchte sie eigentlich ungern ihre Sachen berauben, ne? Aber ... Sie sollte ein bisschen mehr Schutz tragen, finde ich. Nur so ein bisschen. Unvollendeter Brief eines Händlers an seine Familie. Meine Liebe, ich fürchte, diese Reise wird meine letzte sein. Wir waren sehr vorsichtig und haben sogar jede Nacht kalt gespeist, weil es zu gefährlich war, ein Feuer zu machen. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Und ich fürchte, dass sie uns angreifen könnten. Praktisch jeden Moment. Und in dem Moment. Oh. Ich muss Schluss machen. Äh ... Bis zum nächsten Mal. Tja. ...